Ich bin jetzt auch endlich da Dann schau ich folg ich und City Build 23, City Build 24 City Build Extreme, City Build Evil City Build Ranger Ich muss auf City Build Evil nochmal gucken Entweder ich hab dich so extrem laut Oder du bist einfach nur extrem laut Also einzeln weil Ich bin extra laut Ne ich hab dich nur auf plus 10 Dezibel Ich hab dich glaube auch auf Ich glaube auch auf plus irgendwas Auf plus Arschloch lecken gestellt irgendwie Ach so ja dann Ja plus 10,5 Rücksetzen Sag doch mal was Hallöchen Ich weiß nicht das jetzt besser Weil irgendwie Ich bin City Build Ich hab mich noch Ach so 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 willst du Warte mal Bist du auf Pinxel gebannt ja es ist gut aus dem screen i like das hallo ich bin auf griefergames griefergames dein ernst hs titan rgb im pc welches für die bild bist du den seiten also nach den zahlen nach 23 kommt er denn ein 20 ist ja gesperrt wenn sich auch und dann kommt citybild extreme und dann city mit evil also ist in der mitte vielleicht noch so ist das schön das schön das schön nimm mal an bitte du hast ihn dran du hast ihn dran aber ich will ich denke ich wollte den eigentlich auf meinen echten account überschreiben aber das geht ja irgendwie unternehmen legende ja mein undercover secret account aber ich wollte eigentlich dass man normalerweise kann man ja in den rang überschreiben lassen aber das funktioniert nicht welchen kopf willst du haben kanzler kopf keine ahnung mit legend kann man mit legende kann man keinen kopf machen ja aber titan kannst du das und er hat titan er hat mich auch im live streamer verstehst du er hat mich gefragt ja so wer wagt mich anzuschreiben oder willst du einen kopf haben ich glaube ich gehe noch mal aufs cb 22 ich will mich anzuschreiben wohnen willst du ich will auch mit nicht alleine gehen 22 23 23 23 23 23 22 und sind irgendwie ich habe das server ist ja ich bin auf dem server auf deinem server das ist schön wie heißt du denn eigentlich in game an normalerweise solltest du nicht drauf sein kommst du ein pixel gleich ich liebe es mir war im screen was gibst du oder 15 gesperrt rgb wurde gesperrt wer bist du denn mensch alle können sich hinsetzen ich nicht in die ich hasse oder tut mir so leid für dich was soll ich alle weißt du hast dich aufmund hat eine runde mörder auf pixel ja okay gut nein nicht nicht ein abbrechen so ich bin gerade zu bescheuert um den namen zu schreiben ich erkenne einfach kein bisschen warum konnte der sich nicht finden ach so nicht maß sondern mister kann sich mal bitte master x nennen warum master x keine ahnung du kannst nicht in den party einladen da er nicht online du bist nicht auf der pixel du hast mich verarscht oh mein gott danke schön ja ich hänge in irgendeinem ding fest wo ich nicht rauskomme du bist auf dieser wartestange weiter nicht guckst du siehst du das ja du musst kurz du musst kurz warten man rgb verlässt uns ach nein warum er verlässt uns rgb keine ahnung er hat bei bei geschrieben tschüss rgb also entweder du gehst und verpasst irgendwas lustiges oder du bleibst und wenn irgendwas lustiges passieren sollte verpasst du es nicht ne also entweder so oder so ja dann kannst du auch lachen julie hat gerade reingeschrieben also hat ihn markiert und tschüss gesagt mann er lässt uns wieder allein ist jetzt endlich aus dieser wartestange raus du streamst ja auf youtube ja warum nicht auf twitch weil auf twitch nicht ein einziger zuschauer immer da ist und ich bei youtube mindestens irgendwas in die kommentaren habe also da hast du wieder einfach da hast du einfach dann kein mord bei dir weil du bist kein mob bei mir das ändern weil ich natürlich wieder unwichtig bin ja genau deswegen bist du jetzt mal bei mir ich glaube sogar dass dein stream sogar mehr im linksbums qualität als die meiner ne bist du jetzt endlich aus der wartestange draußen ich bin grad irgendwo runter gefallen warte ich komme mal neu auf den server ja du kommst nein du bist in der wartestange und hast nen platz du hast 5000 und 100 jetzt bin ich 5000 ach und was warst du davor 6000 oder wie ne jetzt bin ich 4900 so ein bisschen vielleicht musik anmachen damit die laune angehoben wird wow party nichts damit ja alles schick alles gut alles alles chillig ich schwöre dir meine haare die fliegen mir die ganze zeit in mein auge die stechen mein auge aus jetzt bin ich mit den meisten ist ja macht werden mod werden jetzt zu 10 euro jetzt bin ich platz 4300 ok ich gehe kurz auf mein und dann komme ich wieder ich lasse ich nicht alleine wirklich auf diesen 1 hessen kack sprung nicht ich bin gut du a 3.800 klar lässt lässt er dich alleine julie merke ich mir okay im slay heute nicht oder warum bist du auf einmal länger bei mir sonst bist du doch immer dann wieder rüber gewandert zu slay warum ist hier nen thumbnail mit warum ist hier mein thumbnail drauf komisch weiß ich nicht nein ich rede grad nur über meinen server weil wir grad da was eingefügt haben ich hätte den sprung geschafft ich bin's tim doch um halb fängt er glaube ich an alle dann geht's wieder runter man kann das stampenhorn neu machen zurzeit gar nicht weil du dafür auf den server kommen müsste ich kann dich gerne hoffen meine güte ne bisschen kann man zusammen trocken ja menschlichkeit in diesem channel menschlichkeit in dem channel menschlichkeit wenn du möchtest kann ich dich hoch musen aber du musst mir deine ok ok dann halt nicht aber er mag uns schonmal ok warte mal ich kann ihn nicht muven echt nicht ich meine ich kann ihn nicht muven bitte ich kann auch niemanden muven naja so nicht hi hi sorry ein bisschen ja ich hatte außersehen nur move drin ja hab ich schon mitbekommen wie geht es dir? gut und sehr super jetzt wo du da bist ein bisschen mehr menschlichkeit äh bist du letztendlich aus der warteschlange raus eigentlich oder bist du immer noch gefahren? den platz 2000 kommst du auf hypixel Simon? Simo Simao Simao Mau 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 äh ich hab grad neulich mein MC gestartet start grad erst hast du nen Rang auf hypixel dann bist du sofort drauf oder bist du oder hast du keinen Rang? ich hab nirgends so einen Rang also gar keinen gekauften Rang auf gar keinen Server aha wie kriegt man eigentlich diese wie kriegt man diese äh wie kriegt man diese äh found in the teamspeak 2020 easter egg keine ahnung wie kriegt man das? äh wenn du Leute hast die mit irgendwelchen anderen Leuten befreundet sind die mit Leuten befreundet sind die Leute von dem Inhaber von Teamspeakern oder die Teammitglieder von Teamspeak kannst du irgendwelche äh Creator Codes da bekommen oder diese Codes bekommen und daher dass ich nen Freund hab der nen Freund kennt der nen Freund kennt der im Team ist der ihm die Codes gibt hab ich die Codes auch erhalten also von daher lange Geburt sag mal wie lange dauert das bei dir? ja oh mein Gott hi kannst du mir auch vielleicht welche beschaffen? hm muss ich gucken ja Ostai ja hui hallo Ostai ich hab bis jetzt nur ein Abzeichen und zwar das Overwatch League Abzeichen Overwatch League Abzeichen? oh mein Gott ich hab ne E-Mail erhalten ähm oh mein Gott oh mein Gott achso von Dings egal mindegg timeegg und realityegg was ich habe ja die hast du ja ich hab noch mehr was ich hab auch noch mach einfach alle rein ich kann nur drei ich hab realityegg set home äh stay safe miningegg stay safe auch gerne haben also ich hab auch noch was zu das hier ich find das so schön dieses das das mein ich ja das wollte ich eigentlich auch haben das ist voll schön mein Ding ist ich bin auf Dingsbums ähm ähm jaaa oh mein Gott ein Wunder der Natur vielen Dank aber auch ey wetten du timest gleich auf und musst wieder 20 Jahre warten das wär geil kannst du mal bitte in die Party kommen? ne also dann würde ich ähm streamen beenden oh nein nicht streamen beenden so auch dann würde ich meinen PC aus dem Benzer werfen du musst ja nicht streamen achso ähm kommst du startest du auch bei Minecraft? Minecraft? ja genau es ist da mein Kraft mein Kraft genau dauert das immer ein bisschen wegen BHC warum schmutz mit BHC? BHC Schmutz ich krieg da irgendwie mehr FPS daher ich hab grad nur 20 FPS ey was soll ich das? da hab ich meistens 150 ja ich hab normalerweise irgendwie 300-400 FPS auf Hypixel aber dann mit im normalen Minecraft habe ich unter äh 90 oder 80 immer achja ich hab grad knapp ich hab 300 ja wow ich habe 20 oder okay 23 weil ich mit dieser Echtzeit Ding da äh aufnehme und trotzdem versuche gut um warum machst du überhaupt mit Echtzeit? kannst du einfach Verzögerungen drin lassen? ja aber diese Verzögerung ist extrem groß ich glaub ist eine halbe Minute bis eine Minute man kann aber auch die Verzögerung verringern irgendwie ne ich wollte nicht weil das Problem ist dann kommt was im Chat dann beantworte ich sie aber dann kommt die gleiche Frage als ob ich sie und danach kommen die Sachen dann yo ich lese den Chat nie ja mach einfach so 5 Sekunden Verzögerungen das hat einen Shader nee ich will nicht das haben es ist eh es ist jetzt eh schon eine Verzögerung von ich glaub äh 4 Sekunden also Twitch hat eine Verzögerung von 1,25 Milliquadratmeter also die Mods könnt ihr das auch angucken im Mod also im Moderatorenraum ja das ist eigentlich nice gemacht das mit diesem Moderatoren äh ja das ist echt das ist wirklich geil das ist wirklich geil also das Moderatorenraum angenehm ja das benutze ich auch immer wenn ich bei irgendjemand Moderator bin und gerade halt im Chat bin dann mach ich das dann geh ich da immer rein keine Ahnung man hat auch so ein Gefühl dass man irgendwie besser ist so und vielleicht war auch man sieht halt mehr äh äh startest du dein Ding startest du dein Ding startest du dein Ding ja startest dein Ding alles mutiger ja aber ich versuche erstmal auf MC Legends drauf zu kommen ob das geht ach aber warte warum hab ich den dann bitte dann gewhitelistet gehabt muss er einen Grund gehabt haben äh wegen früher früher früher? äh beim Anfang vom Server woher kenn ich den dann überhaupt ich bin nutzlos auf diesem Server jetzt geht's doch nicht ich bin doch nicht äh ich bin verwirrt rechtsklick egal kommst du jetzt mit auf Hypixel na dann musst du auch noch mal 20 Jahre warten ja äh wo ist Hypixel hier ist Hypixel boah die sind ja schon bei äh 15 mehr als die eigentlich ist zu haben ja also kann man sowas schaffen es ist Hypixel es ist Hypixel der bekannteste Server der ganzen Welt äh ich hab grad also ich hab heute morgen äh ein epic click-emote von Ostern bekommen wenn man auf mich draufklickt springen Ostereier um mich herum und wo ist mein Haustier? ich bin bei Hashtag äh 4,6 K haha okay wir spielen kurz ne Runde Mörder ah ich glaube ihr könnt sogar 2,3 schaffen ach mal schauen ne wollt grad sagen und ich hab wieder in der Lobby rutschen gelassen und er spielt Mörder hey nein hab ich nicht du bist doch drin oder nicht doch da hängt ne Hi ja bin ich ja auch ey ne hier im Stream Lushan was nicht im Stream Lushan was du oder was ich bin ich hab deinen Stream nicht mal offen verpackt oder? oha merke ich mir gerade so das merke ich mir so krass oh warte komm ich machen kurz auf also ich ich markiere mir diesen Tag rot in meinem Stream Kalender ok was habt ihr für einen Rang auf Halbzöl? äh MVP Plus kannst du kein WIP vergeben? nein das haben die nicht drinnen ja das ist scheiße sonst wäre ich schon längst drin ich hatte auch mal MVP Plus Plus aber das ist halt nicht Lifetime ne ok ich späle nicht nie auf Hypixel deswegen kenne ich mich da nicht so aus jung mal was hast du für ein Ding auf dem Kopf ich ah das habe ich äh Dings geschenkt bekommen weil ich mir halt MVP Plus du spielst jetzt hin hm sag mal wisst ihr jetzt schon wer Mörder ist? ne ich na klar glaub ich auch I'm the real murder you are one of real murder mein englisch is very nice yes aber ich weiß schon mal dass du kein Mörder bist weißt du dir sicher es gibt zwei Mörder ne ne und es gibt auch zwei Detektives Fick dich oh mein was hier sind so viele tot he 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 ich habe alle zerschnetzelt i love this game es sind wirklich fast alle tot ja ich bin auch schon tot ja ich weiß hab ich schon gesehen wie würdest du denn weiter streamen? hallo an alle oh mein Gott ich bin bei der Leiche einmal hier Ehre machen hi erst mal auf meine Leiche erst mal geschissen ne guck mal ich setze mich auf dich geil so ok jetzt brauche ich Gold ich brauche Gold Geld 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 Gold Gold Geld Geld Gold Gold ja ich bin ich bin auf jeden Fall reden ich dachte man braucht oh mein Gott scheiße nein der Kaninchen Skin ist es tötet es es gibt es eigentlich es gibt es zwei Detektives ne ja und zwei Mörder warum können wir eine andere Map spinnen die Map ist scheiße ja können wir bist du drin oder musst du immer noch warten es gibt aber auch zwei eh Innocence nein es gibt mehr als zwei Innocence ich weiß oder oder wir gehen auf GOMM ich habe da noch 21 private Server Tokens warum warum würdest du einen privaten Server für drei Personen machen äh man kann mehrere Leute einladen in seinem Stream gucken doch Leute zu bei mir sind schon vier Leute wird angezeigt ja die zuschauen wie viele sind das weiß ich nicht oder sechs wird mir jetzt gerade angezeigt oh mein Gott bei mir hat der Stream die ganze Zeit gehangen also bei mir lief da die ganze Zeit ne bei mir nicht ich habe zum Beispiel Alexios nicht gesehen hi Ben hi Alexios hi Alexios immer diese Menschen ey irgendwie jemand will von mir irgendeine Freundschaftsanfrage Map Miner 06 wer ist Map Miner 06 kenn ich ihn? mit mir möchte niemand Freunde sein oh nein sag sowas nicht doch die Wahrheit lässt sich immer verkleiden du sagst ich bin einfach nur so krass dass ich keine Freunde brauche wo? schon sieht es anders aus aber ich hab wirklich viel auf deinem Server gewhitelistet warst du? nein wir hatten die Whitelist nicht an ach so wow aber du ach so du bist aber krass weil wir heute den Sommer noch aufgesetzt haben war die Whitelist nicht an da konnte jeder rauf ich bin grad voll neben dem Mörder gelaufen ne hast du es überlebt? lebst du noch? ja ja oh mein Gott hier sind Leichen hier sind Leichen hier sind getotete Personen hm wo bist du? wo bist du? ich guck mir mal deinen Kanal an ja auf jeden Video bitte ein Like da lassen ein Detektiv ist tot du hast ein neues Banner cool ich hab ein neues Banner? also da hattest du schon ein anderes Banner? oh ne ich bin tot äh weiß ich doch ich hatte mal ey du wurdest vom gleichen Mörder getötet das war doch so ein Fortnite Banner oder nicht? ich hatte noch nie ein Fortnite Banner ja ich bin verwirrt äh ich glaub ich bin Minecraft YouTuber ja Minecraft ja Minecraft YouTuber not Fortnite YouTuber ich bin auf halb Hexel oh äh wie heißt es äh heißt du so wie im Teamspeak? s1 max unterstrich ja ja flash party in video s1 i love this radio i love radio kommst du rein in die Party? ja wenn sie grad nicht laggen würde mit 0 FPS warum hast du 0 FPS? das immer wenn ich auf so äh schalt doch alle äh Player aus sodass du äh nur deine Freunde siehst ja können wir bitte das so machen dass es nur einen Mörder gibt ja können wir können wir machen wenn er die Party betreten hat ok ich geh mal kurz was zu drinken holen ja mach das ich sollte eigentlich jetzt drin sein oder? ja 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 so harter Arbeit vorher hättest du das gesehen ne junge lagts bei mir hi pixel hallo mach mal Leistungen bitte es lag bei mir ne 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 junge ich schwöre das lag grad voll bei mir also hattest du noch nie einen vor Fortnite Banner noch nie oh mein Gott ich hab mich grad wirklich mit jemand anderes end vertauscht also ich spiele zwar ein bisschen Fortnite aber nur relativ wenig ja ich hab auch früher sehr oft Fortnite gespielt jetzt spiel ich das eigentlich gar nicht mehr ich hab halt ähm also da wo es neu war hat ich hab mich grad vertauscht gehabt wirklich ich hab dich grad wirklich vertauscht gehabt sorry aha merke ich mir aha ich sag jetzt extra nicht seinen Namen ja warum weil wie heißt der denn äh Lenny MC der hat früher auch Minecraft gespielt dann meinte er so ob ich für ihn einen Fortnite Banner machen kann deswegen dachte ich kurz du wärst das irgendwie gewesen ach so und ich hab halt dann einen Banner gemacht gehabt ne ne aber ich bekomme bald einen neuen Banner ach so okay ja wenn das ist halt typisch für mich wenn man also ich bin sehr oft Lost ach glaub ich nicht ne ein bisschen Lost gehört zum Leben dazu meine Güte okay Lost ist ein Shader Junge warum spiel ich okay es kann sein dass mein Stream abkackt ja es kann sein dass mein Minecraft abkackt aber ich mach jetzt noch einen Shader mit rein weil ich einfach mit ui mit Shader spielen möchte ich hab die ganze Zeit 0 bis 1 FPS und kann nix machen und stehe an einer anderen Stelle herum und ich hör die ganze Zeit wie jemand geschlagen wird wow Leute ich lebe noch Jungs ja Mädchen ich lebe noch ja so ein bisschen nebenbei seid ihr tot nö ja Mädchen ach ich bin kein Mädchen bei dir weiß man nie merke ich mir oh ha mach ich nicht fertig mein Englischchen oh nein ich wär oh mein Gott ich hab's überlebt ich glaub ich weiß nicht ob ich will oh mein Gott GG 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 ich weiß nicht ob ich wirklich lebe ich hab grad solche Legs ja ich bin tot ok wollen wir vielleicht auf Gorme spielen da sind weniger Personen da ja das find ich gut find ich auch fang ab auf Gorme ich hab Premium ich konnte gar nix machen ey ich konnte gar nix machen da komm ich nicht rein ich hab Prime für vier Tage voll krass oder das Spiel der Limit von 1111 Spielern ist erreicht du benötest ein Premium Rang um den Server betreten zu können oh mein Gott geht mal bitte auf Timolia oh Timolia ist scheiße ja finde ich auch aber da gibt's ein ganz gutes Spiel das macht ein bisschen Spaß Connect Client Checking Server Navelling Bad Line Anti-Cheat bist du drauf? nimm mal Party an wenn du drauf gehst bitte geht's bitte geht's bitte geht's ähhhh und es lädt und es lädt und es lädt und es lädt weiter und es lädt weiter Bist du da? die Skints, die mögen mich alle nicht was mögen mich? was mag dich nicht? mögen mich nicht sie treten mich nicht treten hä, wirst du schon auf dem Server? naja, da sind wir reingeladen ja, hä, ich hab ich mein aber, äh, Mau oder Max also Max nicht Simau ist richtig wachs ist dann halt Simau komm mal bitte auf Timolia ich geh gerade in Gomme rein ja, Gomme brauchst du nicht wir sind auf Timolia ja, ich kann dich nicht abbrechen da steht nämlich äh, Bette in Anti-Cheat ich kann das nicht abbrechen warum? keine Ahnung das musst du BRT fragen sag ich doch BRT ist voll anstrengend was ist BRT? BRT ist Badline Clan das ist was anderes so wie Levy Mat ungefähr ja, ich weiß auch was Badline Clan das ist scheiß Badline Clan Badline Clan ist scheiß so, ich feier's nicht so ne also, es gibt Leute die Badline Clan feiern ich bin nicht da bei oh, du kannst dir Oster-Eier suchen mhm ja Connection zu Server Logging in guck mal das Limitspieler von ist erreicht okay jetzt steht dann auf einmal ok Timolia klar wenn du auf Timolia wirst so ich hab aber noch nie auf Timolia gespielt ja brauchst du nicht ich erkläre es dir ich weiß super nett von mir ich glaub mal Minecraft schläfts gleich ab ja, hier ist irgendwo ein Oster-Eier aber ich finde es nicht Minecraft, komm, das schaffst ich hab Glauben an dich bei mir lädt das streamen bei mir lädt das streamen was lädt bei dir? bei mir lädt das streamen also auf meinem Handy also auf meinem Handy ok, mein stream lädt nicht sondern da musst du nochmal neu starten aber mein Minecraft stürzt ab ich hab mein Shader rausgenommen aber ich hab's jetzt selber hintereinander rausgenommen oh, kann ich auch Shader reinmachen ich hab noch Timolia Shader oh stimmt, ich hab gar keine Shader ui, äh ich hatte mal Shader hatte mal Shader hab ich keinen Shader mehr Besonung abholen ok, ich bin wieder drin aber ich wusste ja gar nicht dass Juli die Mutter ist, ne? so, ok wenn überhaupt, ne? ein Auto aber ich glaube mal Juli, du bist doch glaube ich Mutter, oder? schon weil du gesagt hast musst du die Kleine ins Bett bringen, gell? ja ja, ich glaub schon also das ist jetzt Dämlichkeit von mir auf jeden Fall so so slash party irgendwie unge in weiß warte Name nein wenn Osterei haben Osterei ein nein seid ihr nicht auf der Lobby, da wo ich bin? S1 weiß nicht, welche Lobby ich bin ma unterstrich Lobby 8 und ich bin drin oh, hier ist ein Osterei kommst du auch rein? ja, du hast mich eingemalert so, wir spielen themodianische Spiele was ist das? äh, so wie Endergames kennt ihr Endergames? was machen bei Endergames? ich sag mal so wir werden jetzt auf eine Map hier reportiert die ist relativ groß fisch weh ja Moment move fragezeichen und wenn ich runter springe äh warte hi pop music nicht wir sind auf Stream ähm also ich sag mal so du bist in einer normalen Welt jeder gegen jeden und ja es gibt überall auf der Welt Beacons ja und wenn du in die Nähe von einem Beacon läufst dann ploppen Items raus womit du dich halt equipen kannst ja du kannst die ganze Map abbauen dir normal equipen keine Ahnung sowas wie Survival Games sagen wir es mal so ja und dann aber wenn du dich auf ein Beacon rauf stellst also genau in das Leuchtfeuer und warte dann wirst du in einer Nähe von einem Spieler teleportiert und es werden dir mit äh Partikeln angezeigt wo der Spieler ist also user in your channel timed out und weg ist er pop music willst du mitspielen ähm sind es klimajamische Spiele genau das ist es ok ich hab grad 600 FPS ich hab stabile 60 FPS ich hab grad 630 also von mir wenn ich jetzt auf Eis kommst du an die Runde rein du hast noch 60 äh du hast noch eine Minute Zeit und ich hab minus 5800 Blöcke tief was ist der Pixel Shop nix scheiße du musst äh auf äh timolianisch spielen auf das mittlere Schild drücken welches Icon haben diese? äh du musst auf auf äh nächste Seite da ist unten so ein Kopf mit nem Pfeil mein PC laggt schon wieder oh nein mach schneller danke PC bitteschön du hast noch eine halbe Minute Zeit ok und dann? und dann auf den Beacon und dann auf die auf den mit auf das mittlere Schild oh mein gott du hast noch geschafft bekommst Applaus? ja äh Party im Beacon oh ne muss jetzt mit spinnt nicht Spaß aha was hast du gegen ihn? er ist anstrengend aber lustig so wie ich oder wie? kann gut sein ich hab ein Beacon ich hab ein Beacon ich hab ein Beacon gefunden Hilfe hochhilfe aber dunkel muss er jetzt Worte mit ihm machen? oh mein gott wir sind ja näher ey nicht angreifen wir sind nichts böses ane wir sind alle normale Menschen dieser Erde nee aber es warte mal ich hab dich gefunden warte jaha wo bist du? ich hab dich gefunden warte hier bist du warte fang mal auf meine Sachen zu spielen du Idiot ich hab gar nichts gemacht du hast deine Sachen genommen mann Ben pass auf wir bannen dich wegen Beleidigung du kannst mich nicht bannen das muss keiner wissen pssst mann du bist gemein du hast meine Sachen geklaut Items ja schön du hast meine Items Items warte du kannst meine Items haben okay nö ich will deine Items nicht klauen das ist gemein das ist gemein der hat einfach ein Leser sein gip ehehehehe vielleicht hab ich das sogar wirklich loll nein so schnell kann man nicht du rennst zu meinem Beacon was soll das was ich? ja du rennst genau zu dem Beacon was ich gesehen habe jetzt muss ich mir einen anderen suchen junge Leute 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 hier im Streamchat an sowas zerbrechen bei uns Freundschaften gar nicht gar nicht ein Spaß als gut das ist alles noch spiel ich kenne zu jeder Lebenssituation ein Lied ohne Spaß zu jeder gerade ich hab noch nen big one gefunden Jens hat anal gift halt angegreift halo 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 І Lehrerf mich nehm 面örof okay äh bist du tot team es ist alle gegen alle die schrift die über meiner leiste stand ja team ist erlaubt stehe höchstwahrscheinlich aber es gibt keine festgelegten teams kannst du machen rein theoretisch gesehen ob du es machen solltest eine andere frage das ist jetzt sehr wichtig guck ob du dich noch bei putty oder sonstiges anmelden kannst sofort ja oder habt ihr das passwort wieder geändert weil ich kann mich nicht mehr anmelden stehend genug ja hier gucke damit ist für das da auf stream aber besteht das nicht mehr anmelden du auch nicht nein stoppt den stream es tut mir leid leute ein andermal